Entschuldigung, ihr da? Ja, ihr. Meinen sie uns, Wetterherr? Ja, euch meine ich. Das hier ist doch eure Blumenvase, oder? Ich habe für euch darauf aufgepasst. So, hallihallo, willkommen zurück zu Professor Layton und das Geheimnisvolle Dorf. Ups. Oder halt für die Leute auf YouTube noch zur Erinnerung, dass ich hier noch streame, das heißt, ich auch mal in den Chat gucken werde, was da so abgeht. Aber das ist sonst nichts Wichtiges. Und ich versuche mich mal hier ohne googeln durchzumogeln. Mal gucken. Wir brauchen jetzt hier den engsten Freund von dem Baron. Wir müssen uns also deshalb im Dorf umfragen. Was haben wir denn hier? Professor, schauen Sie mal. Hier liegt etwas auf dem Boden. Du hast recht, es scheint ein Stück Papier zu sein. Sieh mal, ob etwas draufgeschrieben ist, äh steht. Ja, da steht etwas. Mal sehen. Der Chef hat heute meine neueste Kreation begeistert gelobt. Er ist ein guter Mensch und er gab mir eine neue Bestimmung. Ich habe meinen Büropunkt gefunden. Ich will meine Arbeit tadellos ausführen, um ihm für seine Großzügigkeit zu danken. Es klingt sehr nach einem Tagebucheintrag, nicht wahr? Ich nehme stark an, dass mit der Chef der Baron gemeint ist. Ich habe für jeden Bedarf ein geeignetes Modell erschaffen, so wie der Chef es verlangt hat. Es macht mich froh zu sehen, wie sehr er sich für Sie interessiert. Ja. Ist auch ein tolles Spiel, wenn die ganzen Rätsel nicht so, so, so kompliziert manchmal wären. Damit endet der Eintrag. Meinen Sie, diese Person hat beruflich irgendwelche Modelle hergestellt? Hm. Könnte ja wohl sein. Immerhin stand es ja so. Ich gehöre nun mal nicht zur feinen Gesellschaft. Mit Baron Reinhold habe ich nie ein Wort gesprochen. Nun, Jüngchen, ich würde gerne noch etwas plaudern, aber ich bin sehr müde und muss mich hinlegen. Fühlen Sie sich etwa nicht gut? Ich bin nur ruhig bei erschöpft in letzter Zeit. Es liegt an dem Lärm aus dem Turm, wisst ihr? Das Gräueln hält mich vorm Schlafen ab. So laut ist es geworden. Wissen Sie, was genau es mit diesem Gräueln auf sich hat? Die Gerüchte halbe verschwindet jedes Mal, wenn dieser Lärm zu hören ist, ein Mensch entsandt, Mysterium. Ungeblich erwischt es immer diejenigen, die zu jener Zeit über Erschöpfung und Müdigkeit klagen. Ich meine, wir haben ja den alten Mann mit dem Sack da gesehen, der den Ramon eigentlich verschleppt hat, der dann zufälligerweise wieder da war. Deshalb ist das alles ein bisschen merkwürdig. Aber all die Verschollenen tauchen stets bald darauf wieder auf. Hm, hm, ja. Das kann also nur blanker Unsinn sein, ja. Jedes Mal, wenn es aus dem Turm, wo Mord verschwindet, also ein Mensch. Interessant. Meinen Sie, das jetzt seine Grollen hat etwas mit dem alten Mann zu tun, der Ramon entführt hat? Tadaa, hab ich grad gesagt. Das ist sicherlich möglich. Aber wieso sollte er seine Opfer freilassen, nachdem er sie erst umständlich entführt hat? Ja, so Sinn macht das alles nicht. Ich meine, warum entführt man Menschen und lässt sie danach wieder frei? Wieso entführt man überhaupt Menschen? So. So. Soll ich vielleicht mal wieder ein Rätsel lösen, damit die 69 da wegkommt. Nehmen wir mal hier rein. So. Viel Fraß. Herr Professor, na, schon fündig geworden? Naja, egal. Wir müssen über etwas ungleich Wichtigeres sprechen. Nämlich über Schokolade. Hält wie bei diesem Rätsel und ich erzähle euch etwas, das ihr sehr interessant finden werdet. Schokolade? Ach, guck mal. 69, da haben wir so wieder. Rätsel 69, Schokoladenrätsel. Das ist wahrscheinlich das beste Rätsel in dem ganzen Spiel. Du hast, hallo Max, du hast Heißhunger auf Schokolade und kaufst mir dir eine riesige Tafel, welche aus insgesamt 30 einzelnen Stücken besteht. Die Tafel ist fünf Stücke breit und sechs Stücke lang. Du kannst die Tafel nur zwischen den Stücken zerbrechen und du darfst nicht mehrere Teile übereinander legen und sie zusammen zerbrechen. Wenn du diese Regel beobachtest, wie oft musst du dann die Schokolade mindestens zerbrechen, um alle Stücke voneinander zu trennen. So, Rätsel of Doom, ne? Irgendwelche Vorschläge, wie man das Ganze jetzt anstellt. Ich meine, wir müssen sie ja zerbrechen. Man könnte natürlich in der Mitte anfangen, das ist vielleicht so das Beste des Besten. Sagen wir mal, wir brechen es zuerst hier in der Mitte durch. Dann haben wir es einmal. Hier ist es natürlich dann immer so eine Sache, aber sagen wir mal zwei. Wobei hier zwei, drei, das müsste man ja dann extra brechen. Dann wäre es hier nochmal vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Achtzehn, neunzehn, zwanzig, einstieg, zwanzig, dreinzwanzig, vierundzwanzig, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 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 neunundzwanzig. Neunundzwanzig. Dreißig? Ich hab neunundzwanzig jetzt gezählt. Sollen wir Max glauben oder sollen wir mir glauben? Bitte Kommentare schreiben. In den Chat. Neunundzwanzig oder dreißig? mach ruhig okay ich schreibe 29 ich glaube dir einfach mal nicht siehst du stimmt genau wenn du die regeln befolgst die das rätsel aufgestellt hat spielt es gar keine rolle wie du die schokolade zerbrichst die anzahl der teile erhöht sich jedes mal wenn du die tafel brichst um eins da du mit einem einzigen stück anfängst solltest du nach 29 mal abbrechen genau 30 stücke haben stimmt das sind ja 30 stücke schokolade das ist ja denn also im prinzip auch vollkommen bewusst alles ist immer eins weniger ach ja wie einleuchtend also gut hier ist der versprochene tipp wenn ihr das beste essen von genau richtig das muss man nicht noch mal abbrechen wenn ihr das höhe mal breite minus 1 so kann man es natürlich berechnen ich habe es jetzt schön gemalt aber gut wenn ihr das beste essen von sand bis der probieren wollt geht in croutons restaurant da waren wir doch schon mal alles was er kocht ist richtig richtig lecker allein seine eintöpfe die müsst ihr mal probieren weltkarte kommt das können wir uns immer noch hinschieben ich zähle halt gerne sind hier noch irgendwelche hinweis marken versteckt andere rätsel hinweis marken gut dann gehen wir wieder raus ist hier noch irgendwas hinweismünze hier wohnt keine menschenseele würde ich auch nicht wohnen wollen entschuldigung ihr da ja ihr meinen sie uns wetter her ja euch meine ich das hier ist doch eure blumenvase oder ich habe für euch darauf aufgepasst moment meine stimmt meine mutter die geschrieben hat oder nein ist nur jemand wieder live gegangen gegangen auf hitbox ich hab die vorhin angeschrieben die antwort irgendwie nicht naja blumenvase woher die auch immer kommt so etwas hat noch nie jemand an diesem stand stehen lassen ihr seid wohl etwas zerstreut es tut mir leid aber sie müssen sich ühren diese vase habe ich noch nie zuvor gesehen was die vase gehört gar nicht euch aber wieso hat dieser typ gesagt dass es eure wäre hier sehen wir ja die beine oben links ja wer das auch immer ist bitte wie sah dieser man denn aus nun mit diesem hut ist mein blickfeld wohl etwas schlechter schlechter mit äh als bei anderen hahaha dieser geheimnisvolle mensch war keiner meiner stammkunden so viel kann ich ihnen sagen aber es ist ja nicht weiter schlimm ich gebe ihm die vase einfach wieder wenn ich ihn wieder sehe achja diese blumenvase erinnert mich an eine rätsel das euch bestimmt gefällt das ist etwas nun ja mager aber sieht es einfach als häppchen für zwischendurch an also jetzt geht's ums ganz ganze ums ganze hm knobbeln bis die schwarte kracht hm 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 rätsel 70 gewesene vase irgendein trampel hat diese hinreißende vase umgeworfen und zerbrochen und setzt sie wieder zusammen vorsicht keine der scherben gehört zu einer anderen vase äh eine der scherben gehört zu einer anderen vase gut das ist ja dann einfach man muss ja einfach nur das zusammen puzzeln voll das einfache rätsel fertig luke herrs my answer another puzzle solved gut prima gemacht es war gar nicht so schwer oder wäre doch nur alles im leben so einfach wie im videospiel radbau draußen das habt ihr gut gemacht ja ich weiß ihr seht schon die haxe im haus erspart den zimmer man die haxe ok haha seid ihr eigentlich sicher dass ihr euch nicht ein paar salamis mitnehmen wollt ihr wisst doch wie es heißt alles hat ein ende nur die furst hat zwei haha der steht irgendwie auf sprichwörter nein danke schade für euch das wäre nämlich ein einmaliges angebot tja dann kann ich euch nur beste grütze auf dem weg geben grütze pro schnitzeljagd hahaha ich glaube wir sind hier soweit fertig was meinst du luke da stimme ich ihnen voll und ganz zu professor ja meiner kommt mir irgendwie ein bisschen verdicht vor mhm was ist das denn was für ein rumpel wirft denn sein äh was für ein rumpel wirft denn sein abfall einfach auf den boden ich hebe das mal auf es ist eine alte zeitung also wirklich wieso können die leute ihren müll nicht selbst moment mal professor schauen sie diesen artikel müssen sie sich ansehen na da sieh mal einer an das ist der inspektor shellmay aha inspektor shellmay brillanter kriminalbeamter und hin hingebungsvoller ehemann ok ok shellmay feiert jeden gelösten Fall mit seiner Lieblingsspeise den süßkartoffeln kipfherren seiner frau ok sieh meine an so ruppig wie er ist hätte ich nie gedacht dass er auch eine sanfte Seite hat weh sehen sie nur wie der alte kisgram sich über seine süßkartoffel kipfherren freut ja ja ok ich wusste es doch es war viel lärm um nichts als er behauptete dass süßigkeiten ihn anekeln naja er isst Kartoffeln hm stimmt Luke das hat er behauptet wie eigentümlich das ragt nicht schon mal angeschrieben egal ging gerade in der whatsapp-gruppe habt ihr déjà vu archibald archibald stimmt es wenn man sich so in sandmyster über äh stimmt es was man sich so in sandmyster über euch erzählt seid ihr wirklich auf der suche nach dem reinhold vermögen ja den goldenen apfel das ist in der tat richtig wir sind momentan auf der suche nach einem guten freund des barons wir vermuten dass er diesen freund zu lebzeiten einen wichtigen hinweis verantraut hat du lieber himmel da steht euch ja eine schöne sucherei bevor wo entschuldigt ich bin archibald august äh der baron und ich wir waren wie pech und schwefel ich glaube wir haben die richtige person gefunden wir fürchten äh wir führten die anregendsten gespräche manchmal bis in die späten nachtstunden hinein sag mal sucht ihr womöglich gar nach mir ja es klingt fast so wie glück dass wir uns nach allem suchen einfach so über den weg laufen ich würde gerne etwas fragen können sie sich daran erinnern vom baron jemals eine notiz oder einen brief erhalten zu haben hm nein ich kann mich nicht erinnern jemals etwas in der art von august bekommen zu haben aber er gab mir einen sehr schönen schreibtisch der ihm einst gehörte vielleicht erhält er ja hinweise der schreibtisch des barons das klingt ja fabelhaft ihr könnt mich gerne daheim besuchen und einen blick darauf werfen wäre euch das recht wir sind zu gütig es wäre sehr nett wenn wir uns den tisch einmal genauer ansehen dürften august würde zwei rätsel liebhabern wie euch sicher nicht verbieten seinen schreibtisch anzuschauen hm wo ich gerade eure aufmerksamkeit habe lasst mich euch einen guten rat geben sein ziel im auge zu behalten ist wichtig aber wenn ihr zu wenige rätsel löst bereut ihr es noch also versucht möglichst viele rätsel zu entdecken und löst so viele wie ihr könnt hört auf einem alten hasen manchmal ist es gut sich etwas zeit zum rätseln zu nehmen also gut genug davon gehen wir runter zu meinem haus mir nach das ist der alte schreibtisch von august lasst euch ruhig zeit mit euren untersuchungen wunderbar luke lasst uns gleich anfangen so ok was haben wir da schublade hier ist nichts weiter hier ist nichts weiter sehen wir woanders nach zweite schublade aha es scheint eine notiz zu sein vielleicht weist sie uns auf dem weg zum seltenen apfel was halten sie von diesem kreuz ja es ist ein schönes kreuz hm ich fürchte dazu fällt mir im moment auch nichts ein kapitel 5 haben wir damit beendet wir haben jetzt einen hinweis ein kreuz entschuldigt bitte die störung aber ich erhielt zu ihm einen anruf von beatrice aus der pension entscheidend hat sie probleme mit einem gast und würde gerne mit euch darüber sprechen nun dann helfen wir ihr besser vielen dank archibald also auf zur pension luke ist hier vielleicht doch noch was man kann ja mal gucken hm ok brief bücher sanduhr hinweismünze ok hier gibt es nichts weiter ja 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 w w w w w